Willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft Xbox 360 Version und weiter geht's mit unserer Höhlen-Erkundungstour. Ui, hier geht's wieder raus. Ich glaube ich weiß wo wir sind. Den habe ich doch vorhin gesehen, den Baum. Der kleine Eingang hier. So ist hier noch was. Hier geht's natürlich auch wieder bis irgendwo. Ich habe Spinnen, ich habe Zombies. Was ist denn hier los heute? Mögt ihr mich heute eigentlich nicht oder was? Oh, Fackeln alle. Ich hau erstmal ab. Meine Fackeln sind alle. Da mache ich jetzt hier nicht weiter. Nehmen wir noch die Kohle mit. Dass ich mir noch eine Fackel bauen kann. Ich brauche noch sehr viel wie es aussieht. So. So. Hopp. Kohle Kohle ohne Ende. Das ist super. Ja. So. Ein cooles Vorkommen hier, wa? Geil. 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 So. So. Ich weiß gleich welche Folge wir jetzt sind. Folge 19 wird glaube ich jetzt schon inzwischen, oder? Und ja. Ich hoffe, dass es euch bis jetzt schon mal gefallen hat. Ich werde mich über viele Kommentare und Vorschläge freuen, was ich noch verbessern könnte. Au. Mist. Das sollte gerade nicht passieren. Ich werde mich sehr über Vorschläge freuen, wie gesagt. Und ja. Wie gesagt. Ich bin halt noch nicht so eine Playproofie wie Kronk oder Sarasa. Die ja jeder kennen müsste von euch, denke ich mal. Und ja. Schauen wir mal. Wie man es mal läuft, dass ich das bei weitermachen und wie lange ich das durchziehen werde, bis ich keine Lust mehr habe, das zu machen. Schauen wir mal. Hängt auch von euch ab. Ob ihr noch wollt, dass ich es weitermachen oder nicht weitermachen. Wie gesagt. Naja. Naja. Deswegen werde ich mich sehr über viele Kommentare von euch freuen. Ich werde euch auch meine E-Mail-Adresse verlinken und meine Facebook-Seite. Da könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben. Und ja. Ja. Machen wir mal weiter hier. Was soll ich denn alles machen noch? Jede Menge Fackeln. So. Na, mache ich Fall hier. Oder boah. Habe ich paar Stacks voll mit Fackeln. Gut. So. Aber die lasse ich natürlich hier, dass ich die nicht verliere, wenn die Gür mich wieder in die Luft gejagt. Gut. Sonstiges, 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 Sonstiges. Ähm. Essbar. Okay. So, so. Das Eisen erst Tuschmesser schnell brennt. So. Das SHOW hat bestimmt nicht reichen. So. Ich habe nicht mehr Sticks mehr. , Maybe Sticks machen. So. Ich habe nicht mehr Sticks mehr. Ich kann nicht mehr Sticks mehr machen. Sodass ich nicht mehr Sticks machen. So. Ein Schwert. Gut. Davon habe ich auch nur eins. Oh, ich habe auch nur eins. Gut. So. Schaut, kommt hier unten mit Nein. Das Werkzeug kommt in die Kiste. Genau, hau ich hier unten mit Nein. Ich habe es hier mit Nein. Das hier jetzt hier noch. Die Sticks auch. Rot kommt auch mit hier rein. So, Karte bleibt drinnen. Gut. Aber ich werde mit der Kiste eigentlich schon mal gucken. So. Ich lasse jetzt auch gleich durch, brauchen wir noch bis es fertig ist. Oh. Ups. Ich bin auch doof wie ich es mache. So. Gucken wir mal an, wie viele Eisnerz ich jetzt schon habe. Das ist ja richtig geil. 18 Eisnerz. Kann ich mir schon die Rüstung fast bauen, ey. Aber hier ist noch ein bisschen dunkel. Hopp. Da noch eine Fackel. Oh, es reicht. So. 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 Dann gehen wir ins Bett. Kann ich sagen. Schlaf eine Runde, dass es hell wird. Hol noch ein bisschen Holz. Oh. Okay. Jetzt habe ich natürlich die Axt auch gleich weggetan. Hmmm. Die Axt gibt auch gleich auf. Eieiei. Na egal. Mal gucken, wie weit ich mit der Axt noch komme. Auf alle Fälle braucht es noch besser Holz. Ohne Holz nichts los. Hm. Muss ich aber aufforsten hier. Ich glaube das ist hier, ne. Jetzt ist es genau hier, siehst du. Berlin-Eingang. Ha. Cool. So. Mein Heimermine-Eingang. Notausgang. Hehe. So. Hopp. Hm. Die Baum noch. So. Hm. Toll. Das ist der Axt kaputt. Mach es halt mit der Axt weiter. Tut's auch. Toll. Das ist der Axt kaputt. Na jetzt reichen für ein Stück. Ich gehe mal ins Haus. Ich hole noch bisschen Getreide ab. Oh. Ein Schaf. Siehste. Welches man aus Eisenerz bauen kann. Eine Schere. Kann ich Schafe ähm. Scheren. Müssen wir uns ja gucken was ich dafür brauche. Äh. Werkzeug äh. Sei Eisenerz. Wunderbar. Du ich mache gleich mal. Sag mal Eisenerz bitte. So. Du ich mache gleich mal eine Schere. Kann ich mal eine scharfe. Scheren. Hopp. einfach in die Kiste. Weil ich einfach in der Mine weiter machen werde. Rübergehend. So. Schauen wir mal. Gehen wir mal wieder runter in die Mine. Was. Machen weiter Abbau. So. Oh. Äh. So. Wunderbar. 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 Hilfe. Hilfe. Ein megerer Schacht. Wunderbar. Wunderbar. Ich hab Angst wenn man die Tiefe sieht. Ey. Wow. Das geht ja mal gar nicht. Wie gesagt, hier baue ich Monsterpfeile für die Spinnen aus Wasser und dann hole ich mir hier schön über die Spinnenfäden. Da kann ich einiges draus machen. Gut, hier sind meine Sachen ausgegangen, gehen wir mal weiter. So, ganz viel Kohle und das wars, ok. Gehen wir mal wieder hoch, Hopx, hopp, 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 hopp und hopp, 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 hopp um uns mal wieder, Gut. Ja, meine, das ist geile Öle hier. Wie gesagt. Kann man schon was machen. So, wow. Gut. Dann geht es noch weiter. Da gucke ich auch gleich mal. Muss mich nur irgendwie rüberbauen hier. So, mache ich hier lang. Kann mal probieren, wie er aufkam. So, passt das auch. Und, ja. Bis gleich in der nächsten Folge von Minecraft Xbox 360 Version.